Daniel. Bitte einmal treffen. Bitte. Hör zu. Ich lege jetzt auf und danach gehe ich nie wieder ins Telefon. Verstehst du das? Nein. Nein, verstehe ich nicht. Bitte. Wenn du jetzt auflegst, Sandra, wenn du jetzt auflegst, dann dann bringe ich mich um. Verstehst du? Dann. Gut. Nein. Gut. 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 Hallo? Sandra? Ja, ja, ja. Oh Ich habe mich ausgesperrt und ich muss gleich zur Arbeit und ich wollte dich fragen, ob ich mal ganz schnell bei dir telefonieren könnte Ich habe die Pakete Ich bin Nike Daniel Hast du gebohrt? Hm? Ich habe mir eine neue Lampe gegönnt Noch eine Lampe? Ich wollte die umhängen Ist alles, was von dir noch bleibt? Feuer Glut Und Ewigkeit Ich bin jetzt fertig Cool Ja Also Ist schon so ein bisschen Merkwürdig, oder? Merkwürdig Naja, so mit dem Also, ja, das mit dem Mit dem Aal ist vielleicht ein bisschen kitschig, oder? Ja Vielleicht Naja, ich gehe jetzt rüber Nein, bitte, bitte bleib hier Nein Bitte, bitte Nein, ich muss jetzt wirklich rüber Bitte, noch, noch Ein Film, wir können einen Film gucken, bitte Nein Ich muss zur Arbeit Du kannst mich nicht hier allein lassen, bitte Bitte lass mich los Bitte lass mich nicht allein Bitte, 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 bitte Lass mich nicht allein Was ist los mit dir? Bitte, bitte, bitte Bleib hier Warum musst du weg? Hör auf Was willst du von mir und jetzt lass mich los? Bitte, bitte, bitte Geh, Mann Bitte Du bist ja total krank, Mann Du bist ja total krank Du bist ja total krank, Mann Du bist ja total krank Vielen Dank.